Schade, ey. Ich hab keinen Plan, wo die anderen Köpfe sind. Zwei Stück hab ich ja gefunden, immerhin. Ah, bestimmt hier, oh, wenn man sich ja durchschnibbeln muss. Und man irgendwie dann ganz nach oben geht und da ist noch irgendwie ne... Mit einem Blitz von Kalibrus besiegte Kutaro das gefährliche Monster und befreite die Seele jedes Kindes aus den Klauen des Feindes. Naja, immerhin das haben wir geschafft. Gut gemacht, Kutaro. Die von ihm befreiten Seelen kehren heim. Das ist doch schön. Wunderbar. Ich hab gar nicht geguckt, wie viel Leben ich überhaupt hab. Müsst ja mittlerweile auch ein paar sein, ne? Egal. Ja, ich würd mir trotzdem gerne einmal die Tipps angucken, wo ich die anderen Köpfe herbekomme. Also, ich überleg grad, weil ich hab jetzt ja nur noch eine Szene vor mir. Das heißt, ich muss dann erstmal zum Bürgermeister und dann in das Labor oder das Szene 6 das Labor? Kutaro überlebte die beschwerlichsten aller Aufgaben. Bauchschmerzen und Zahnschmerzen. Er fastete so schnell wie möglich, begab sich zum Friedhof und suchte den Bürgermeister. Und hoffentlich auch den Schlüssel zu den gestohlenen Mundsteinstücken. Okay, dann machen wir aber gleich erst. Äh, ich möchte erst mal die Tipps mal durchlesen. Das ist, äh, interessiert mich schon. So. Nebula finde ich übrigens mega unsympathisch. Wie viele Köpfe gibt's hier? Neun, vier, fünf, sieben. Alter, verdammt. So, suche nach dem Kreis, wenn du den Redelsführer des Trios finden willst. Waa? Waa? Suche nach dem Kreis, wenn du den Redelsführer des Trios... Was für ein Trio? Egal. Was haben wir hier? Jemand scheint einen starken Hang zum Zucker zu haben. Ah. Okay, wie dem auch sei. Haben wir das zumindest schon mal, äh, nicht rausgefunden. So, irgendwie erscheint mir das, als wenn meine Stimme heute so, so leise wäre. Ich gucke jetzt immer nur den, den Lautstärkeausschlag an. So, okay, gehen wir mal hier rein. Sieben Köpfe, tatsächlich, ey. 34 Seelen. Wahrscheinlich gibt's dann hier auch einen Weber. Ne, hab ich grad schon gesagt, ich weiß. Und Bodenschufe natürlich unendet. Weil 34 normale Gegner ist, glaub ich, schon viel. Und so ein Weber, der hat mal schon so, ich sag mal 15 Seelen oder so. Heißt, da würde immer knapp 20 übrig bleiben. Also normale Gegner. War General Affe ein großartiger Mime gewesen, der jeden zum Lachen brachte. Doch ausgelacht zu werden, verstimmte ihn stets. Entschlossen, sich zu verbessern, studierte er fleißig und nutzte seine bösen Erfindungen, das Wohlwollen des Mondbeerenkönigs zu gewinnen. Sein Mondsteinstück machte ihn zum klügsten Tier weit und breit. Klug genug, Schloss Nördelstein zu erbauen. Und klug genug, die Kürbisse in Hallowindorf in gefährlich verlockende Leckereien zu verwandeln. Nun fügte er in seinem Labor im Spukhaus Kutterwos sieben Mondsteinstücke mit denen zusammen, das General Hund bereits besaß, um eine Abscheulichkeit zu erschaffen, wie sie der Mond noch nie gesehen hat. Wisst ihr, das Mondvolk ging immer gern nach Hallowindorf, einfach der Spannung wegen. Doch als der Mondbeerenkönig die Wacht ergriff und echten Schrecken verbreitete, brach der Tourismus zusammen. Die Geisterstadt wurde zu einer, na ihr wisst ja. Ha, siehst du, hier ist es gar nicht so gruselig. So, und wie kommen wir jetzt da rein? Oh, Mister, hey Mister, können Sie uns mal aufschließen? Ha! Es, es ist offen. Da waren sie nun am gruseligsten Ort des gruseligsten Winkels des Mondes. Zum Glück konnte nicht einmal der entsetzlichste Tod den tapferen Kutterwos von der Suche nach dem Bürgermeister abhalten. Geh du vor. Ja, Kutterwos sammelte all seinen Mut und stellte sich der Gefahr. Ich sagte, Kutterwos sammelte all seinen Mut, denn wenn er den Bürgermeister und den Schlüssel zum Spukhaus nicht finden würde, wären die Mondsteinstücke für immer verloren. Kutterwos brauchte eindeutig einen kleinen Anstoß. Oh, komm endlich in die Gänge, du Feigling. Oh, hier kann man vielleicht sogar den Totenkopf, also das Gletschschädel kann man hier vielleicht sogar einsetzen. Betrat Kutterwos den Friedhof, als das klagende Huhn einer Eule aus den knorrigen, unheimlichen Bäumen erklagend, spürte unser Helden wie zwei Katzen abgeraubt, die aus dem Winkel anstrahlen. Du, durchdringend im Feuer, zwischen den Reihen der Graftsteine zappelten noch nicht der geradene Säge stark. Jemand hatte unangenehm feuchtet Tunnel in die Erde geklacht. Wir sind nicht allein, wir sind nicht allein. Scheiße. Okay, tut mir weh, und tut mir weh, hör auf damit. Hä? Okay, achso, ach, das war gar kein Geheimbereich. Ich finde euch ganz nice. Okay, gut, mehr gibt's hier nicht offensichtlich, erstmal zumindest. Achso. Der wirkt doch ganz lieb eigentlich. Ich bin leider zu doof, den zu zerschneiden. Ich habe keine Angst vor Gespenstern. Da bin ich ja schon auf dem Weg. Okay, das ist eine Schipinne. Dann war's mit dich nochmal fertig. Hm, da gibt's echt viel zu entdecken. Nein, die Spinnweben haben sich verklebt. Achso, verstehe. Ja, okay. Wir gehen nochmal, und dann kam die Angst. Ach, komm, gehen wir nicht auf den Keks. Aber echt, das ist eiskalte Händchen und so, ne? Ah, ah, Knoblauchkopf, oder was ist das? Äh, ich nehme das, lebe genauso nämlich weg. Zack. Hervorragend. So, komm her. Okay, das war vielleicht nicht das Richtigste. Komm, ja. Mal kurz gucken, ob ich die nerven kann. Nein, kann ich nicht nerven, die Spinne. Ach, so bekommt man die auf. So. Hm, kann ich hier noch irgendwas machen? Nee, ne? Weil ich kann mir vorstellen, dass ich auch so nen Gagelkopf noch bekomme. Den will ich eigentlich gerne haben. Weil sie echt cool aus hat. Ich halte es nicht mehr aus. Ah, da kommt mir das. Der Typ wieder. Oh, mein Gott. Hilfe. Hilfe. So, mal hier. Nichts. Gar nichts. Erschreckend. Ah, das ist nur ne Katze. Nix ist da. Unglaublich. So. Hilf, fort. Okay. Da können wir jetzt wieder zurückgehen. Jetzt müssen beide sehr gerne frei... Nein. Nein. Beide eigentlich frei sind, würde ich sagen. Können wir da? High Five. Ach, hi. So, alle tot. Achso. Nee, hier ist ja schon der Ausgang. Alles klar. Aber cool dasselbe. Gefällt mir. Komm, wir haben in jedem Bereich so ne lustige Statue. Als Kräubung des Graubens versperrte ein Sarg von wahnsinnig immensen Ausmaßen Kutter oder Neck. Also ich muss hier erstmal ins Bild erscheinen, dann könnte ich das vielleicht doch bewerten, ob es wirklich so ist. Ich wusste es. Ach, Teufel nennt er sich, okay. Bleib doch hier. Hab ich genau gesehen. Aha. Siehste? Ich hab ihm doch gesagt. Ich hab ihm doch gesagt. Ich hab ihm doch gesagt. Irgendwo. Holy Shiazu. Achso, okay. Machen wir gleich nochmal. Mit den Verledermäusen. Das hat nicht ausgereicht. Scheiße. Ja, ich hab's verstanden. Alles cool. So. Kommt, Boms. Ich mag den. Ich hab kein Gehirn im Kopf. Ja, ne? Keine Ahnung, wenn mir das jetzt noch irgendwas bringt. Ach so. So geht das. Verstehe. Ich wollte dir gar nicht wehtun. Jetzt... Jetzt tut mir voll leid, weil der macht... Der tut mir ja gar nichts, ne? Warum soll ich den verletzen? Sehr gewaltverherrlichen, das Spiel. Unglaublich. Das hat ich ihn kaputt gemacht. Siehste? Oh, blöd. Da war ne Katze. Gib mir deinen Kopf. Ja, gib mir keinen Kopf. Warum nicht? Habe ich vielleicht eine Katze übersehen? Kann das sein? Einen schwarzen Katzenkopf hab ich noch nicht, ne? Auf jeden Fall ist die weg, die Katze. Ist schon mal gut. Ja gut, ich hab ja noch ein paar Bildschäme vor mir. Ach man, ärgerlich, dass ich den, äh... Den Gehirnkopf leider nicht hatte. Ah, Hände, Hände! Zahllose Hände stießen aus dem Boden und wollten Kokoro in die finsteren Tiefen hinabziehen. Super. Das war nicht der Plan. Was machen wir mit dir? Gar nichts, okay. Verstanden. Okay, lass mal Licht anmachen. Guck mal, der süße Maulwurf, wie unser Leben klettert. Du schaffst es, Maulwurf, klettert du... Wer ist das denn? Es war einer der drei Lübel, die Kutterow in der Küche des Schwarzes getroffen hatte. Ach, okay. Ich nutze den Nordkopf. Ich hab keinen Nordkopf. So leid's mir tut. Bist du tot, oder was? Und wieder Fledermäuse. Ja, ist... Ist war klar. Ist war klar. Ist so klar. Okay. Okay, stopp! Das ist doch Eifenkacke. Ohne Witz. Jetzt muss ich wieder den ganzen Weg hier... ...latschen. Opsa. Man war ja nicht so weit, ist halt so wild. Wieso? Ich hab's volle Kante erwischt. Nee, sehe ich nie ein. Ich bin da abgerutscht. Ich schaff das. Und die Musik ist mir viel zu Action gelandet. Ich will den Nordkopf haben. Aber ich glaub, den hab ich schon mal irgendwo benötigt, ne? Kann das sein? Ich weiß es nicht mehr. So. Himmelarsch. Dafür. Dafür hab ich's jetzt dreimal gemacht. Ist das so? Egal, ich hab jetzt 69 Läden. Wie viele auch immer. Hups. Und dann nehmen wir jetzt den nächsten Grabstein. Ach, das ist so dumm von mir. Entschuldigung. Scheiße. Okay, das ist... Das ist Assi. Ein bisschen. Okay, ich muss leider nochmal warten. Ich hab's sagen, bis so viel der da ist, nämlich. Komm, los, los. Ach. Ach, guck mal. Jetzt sind die gar nicht mehr böse, die Hände. Ist ja nice. Gefällt mir. Dankeschön. Aber warte mal. Da war rechts, war doch auch noch was, ne? Siehste? Guck mal, da ist was. Wie komm ich da hin? Oh, das ist nicht der Hintergrund. Nein, nein. Nein. Lass mich noch einmal prüfen, bevor ich jetzt hier durchgehe. Ah. Ah. Scheiße. Ich hab Durst auf Blut. Ich brauch meinen Knoblauchkopf. Du bist keine Holdemite. Du bist... Lasst mich einfach in Ruhe. Nein. Nein, bleib hier. Hier. Weltallis. Es ist Hoffnungslos. Hoffnungslos. Hressel so Hoff. Okay. Knoblauch ist echt lecker. Okay, machen wir es hier. Aber es stinkt halt wie Sau. Ich wollte deinen Kopf haben, Dracula. Okay. Ja, immerhin dafür. Wie gesagt, 69 Leben haben wir ja schon mal. Ist ja schon mal viel wert. Warum krieg ich die Kerzen jetzt nicht an? Wo ist meine Pomskin? Ah. Das sind aber viele Schädel. Es klang, als spielten die Schädel eine Melodie. Vielleicht müssen wir die Melodie nachmachen. Ah, okay. 2, 1, 4, 3, 5. Von der Reihenfolge her, ne? Woll ich mich verarschen? Okay. Was? Oh, ich hab gar nicht gekriegt davon was Tolleres. Ey, 70 Leben. Wupp, wupp. Bring mir doch leider nicht viel. Was ist das? Was ist das für ein Kopf? Nebula. Ich hab die nicht mehr. Oh, ich werd zu viel. Wir können nicht so ein. Wir kriegen ja hier. Nein. Okay, so klar. Teufelkopf. Den hab ich noch. Den hab ich noch. Rosa. Rosa. Da. Kopf. Ja. Okay, wunderbar. Wie seh ich denn aus? Das sieht total dämlich aus. Ich mag das aber. Äh, ich hab nur leider kein... Ach, Kopf hier. Guck mal. Leider kein Nebula-Kopf. Äh, ja. Wollen wir erstmal mit dem Engelkopf machen wir erstmal weiter. Würde ich sagen. Hi. Der Geist verwandelte sich in einen Wirbel aus Dunkelheit und wich Kutarus Angriffen mühlos aus. Okay, was mach ich denn da? Ich bralte ein Sonnenstrahl von der Erde ab und stach durch die dunkle Wolkendecke. Na klar. Licht. Dunkle Geschöpfe heißen Licht. Könntest du den Strahl irgendwie auf ihn werben? Jetzt können wir ihn ausschalten. Okay, das wär doch eine coole Idee eigentlich. Jetzt brauchen wir mal die anderen Sachen, die er mal benutzen muss. Mein Gott, ich krieg's nicht hin. Was? So ein Geist zu zerstellen ist gar nicht so einfach. Nur die Kirche ist noch übrig. Da muss der Bürgermeister drin sein. Ich würde unglaublich gerne einen Globus als Kopf haben, aber schade, dass das nicht funktioniert. Boah, wie viel man hier aber noch holen kann, das ist unglaublich. Ah, Fledermäuse! Die Wolke aus Fledermäuse, die weiten unschossen haben. Und verwandeln sich in einen grauenhaften Weber. Ach, doch, ein Weber. Ich wusste es. Ein Nut! Boah, der ist aber geil aus. Fällt mir. Oh, scheiße. Was wusstest du? Hör auf damit. Oh. 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 Oh.